Ja, lieber Läufer, mit der Softshell-Jacke aus unserer RP-Kollektion wird Laufen bei fast jedem Wetter zum Vergnügen. Softshell-Material schützt vor allem gegen Wind und auch den ein oder anderen Regenschauer kann das Material gut vertragen. So ist der Läufer also auch bei widrigen äußeren Bedingungen gut geschützt. Gleichzeitig gelangt aber der Schweiß durch das funktionelle Material nach außen, so bleibt das Tragegefühl immer angenehm trocken. Auf der Rückseite finden wir im oberen Bereich zusätzliche Öffnungen zur Ventilation. Insgesamt drei Reißverschlusstaschen bieten ausreichend Stauraum für kleine Utensilien. Etwas verlängerte innenliegende Armbündchen bieten einen angenehmen Abschluss. Auch für die Sicherheit beim Laufen im Dunkeln ist gesorgt, die Softshell-Jacke verfügt über mehrere reflektierende Details. Mit dieser leichten und gut wärmenden Softshell-Jacke aus unserer RP-Kollektion bist du für die kommende Jahreszeit bestens gerüstet. Und du kannst sie in allen Runners Point Filialen bekommen oder natürlich gleich hier im Shop bestellen unter www.runnerspoint.com Alle zu den Neh trouble A Wir 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 Untertitelung des ZDF, 2020